Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die Forderung einiger Politiker zur Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Trotz niedriger Inzidenzen will man so schnell wie möglich die epidemische Lage verlängern. Hört euch unbedingt an was einige Politiker bereits jetzt fordern. Ebenfalls werfen wir einen Blick auf neuste Aktionen des Handelsverbandes mit diversen Unternehmen und Ketten, um die Impfquote in Deutschland deutlich zu verbessern. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran. Bevor es losgeht wie immer noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben gibt's uns seit kurzem auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für eure Unterstützung. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Kürzlich berichteten wir darüber, dass das Gesundheitsministerium einen Entwurf an den Bundestag versendete, in dem das Ministerium Vorschläge zu den möglichen Maßnahmen für Ungeimpfte im Herbst und Winter unterbreitete. Einige Politiker bezeichneten die Maßnahmen als eine Impfpflicht durch die Hintertür. Da seit Wochen die Anzahl der täglich verabreichten Impfdosen sinkt, lassen sich Politiker und Unternehmen ständig neue verrückte Ideen einfallen, um den Menschen die Impfung schmackhaft zu machen, so zum Beispiel gratis Bratwurst bei Impfung. Nun wurde bekannt, dass mehr als ein Dutzend Unternehmen, darunter Lidl, Edeka, Rewe und Talia eine Kampagne starten, mit der die Impfbereitschaft der Deutschen erhöht werden soll. Mit dem Slogan, Leben statt Lockdown, lass dich impfen, wird auf Plakaten und Infobroschüren, sowie über soziale Medien fleißig geworben. In einigen Geschäften soll sogar geimpft werden. Die von den Händlern geplanten Impfangebote sollen laut dem Handelsverband in enger Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern von geschultem Personal durchgeführt werden. Welt.de berichtete hierzu. Zitat. Von Fall zu Fall werde die Aktion zudem unmittelbar mit niedrigschwelligen Impfangeboten an ausgewählten Standorten verbunden, kündigte der Handelsverband Deutschland an, der neben den Handelsketten und dem zentralen Immobilienausschuss zu den Initiatoren des Vorstoßes zählt. Kampagne und Impfaktionen würden so bald wie möglich überall in Gang gesetzt, ohne dass man ein festes Startdatum vorgesehen habe, so ein HDE-Sprecher. An der Umsetzung wird mit Hochdruck gearbeitet, versicherte er. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Mit Ankündigung der vierten Covid-Welle und der Aussicht auf einen weiteren Lockdown versucht man also die Zügel beim Impfen noch einmal anzuziehen, da die fast 52 Millionen Menschen die mindestens einmal geimpft wurden zu wenig seien. Der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent gab an, dass die Händler hoffen mit dem Aufruf viele Skeptiker und Zögernde nun überzeugen zu können, da über die beteiligten Unternehmen täglich mehr als 40 Millionen Menschen erreicht werden können. Bereits mit einigen Aktionen hatte man in den letzten Wochen versucht die Menschen zum Impfen zu bringen. So gab es beispielsweise einige Aktionen in Shopping-Centern wie etwa im Lausitz-Center Heuerswerda, im Neusser Rheinpark-Center oder im Rheinruhr-Zentrum in Mühlheim. Auch in Zukunft werden sich Impfaktionen an Orten an denen sich viele Menschen ansammeln häufen. So wie beispielsweise im Fußballstadion, als sich Fans vor und nach dem Spiel von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt impfen lassen konnten. Ebenfalls angesagt sind aktuell Gratisgetränke und eine Gratisbratwurst zur Impfung. So beispielsweise im Impfzentrum im niederbayerischen Kehlheim, wo man zum Piks eine Bratwurst bekam. Bei der Aktion Impfnacht, die von 3 Uhr am Nachmittag bis Mitternacht lief, gab es nach der Spritze etwas zu trinken und eine Bratwurst. Während wir also an jeglichen Örtlichkeiten mit Impfzentren und fragwürdigen Aktionen konfrontiert werden, beginnt unter den Politikern bereits auch die Debatte zur Verlängerung der epidemischen Lage. Erstmalig wurde die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. März beschlossen, seitdem wurde diese viermal verlängert, zuletzt am 11. Juni. Ursprünglich sollte am 7. September erneut in einer Sondersitzung des Bundestages über die Verlängerung gesprochen werden. Eine Verlängerung der epidemischen Lage wäre die Grundlage für den weiteren Beschluss der aktuellen Maßnahmen und Beschränkungen durch die Bundesregierung. Nach dem Auslaufen der epidemischen Lage hätte die Bundesregierung kaum noch Rechte in Bezug auf die Maßnahmen der Pandemie. Denn dann wären die Länder wieder allein zuständig für die Maßnahmen, ein landesweiter Lockdown wäre aber nicht mehr zulässig. So werden darüber auch alle aktuellen Corona-Maßnahmen, wie Abstandsgebot und Maskenpflicht, sowie Berufsverbote geregelt. Nun forderte Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine zeitnahe Besprechung über die Verlängerung der epidemischen Lage. Er sprach sich bereits jetzt für eine Verlängerung aus und betonte, dass man ein paar Vorsichtsregeln noch eine lange Zeit beibehalten müsse. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek forderte gestern eine Verlängerung der epidemischen Lage. So schrieb Ärztezeitung.de folgendes. Zitat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek hat sich gegen ein Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite im September ausgesprochen. Der Bund darf sich jetzt nicht aus der Verantwortung stehlen und muss die epidemische Lage zuverlässig verlängern, sagte Holitschek am Freitag. Zitat Ende Man kann also schon erahnen, wohin die Reise geht. Vieles spricht aktuell für eine Verlängerung der epidemischen Lage, zumindest aus Sicht einiger Politiker, aber es gibt auch Gegenstimmen. Der Augsburger Staatsrechtler Josef Lindner kritisierte das Vorgehen deutlich. So sagte er folgendes. Zitat. Die Verlängerung der epidemischen Lage ist keine Frage des freien politischen Ermessens, sondern an die Kriterien aus dem Infektionsschutzgesetz geknüpft. Nach § 5 muss eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik vorliegen, weil eine dynamische Ausbreitung droht oder stattfindet. Beides ist aktuell nicht der Fall. Zitat Ende. Wir verlinken euch die Artikel in der Videobeschreibung. Eine Verlängerung käme also zur aktuellen Zeit nur durch eine reine Prognose zum Tragen, wonach die Pandemie in jedem Fall wieder dramatische Ausmaße annehmen würde. Die linke Fraktion kündigte demnach an, gegen eine Verlängerung der epidemischen Lage zu stimmen, sofern die Koalitionsfraktionen diese beantragen. So sagte Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte, dass die haarsträubenden Fehler von Jens Spahn deutlich machen, dass die Alleingänge der Bundesregierung dringend beendet werden müssen. Gerade im Bezug auf die Bundestagswahl Ende Oktober gehen viele davon aus, dass die epidemische Lage erneut verlängert wird. So auch der Verfassungsjurist Thorsten Kingreen von der Uni Regensburg. Welt.de berichtete hierzu. Zitat. Der neue Bundestag konstituiert sich wohl erst Ende Oktober, die neue Regierung dürfte eher noch länger auf sich warten lassen. Ein Vakuum wäre die Folge. So glaubt der Verfassungsjurist Thorsten Kingreen von der Uni Regensburg, dass von solchen Erwägungen ausgehend die Lage doch noch einmal verlängert werden wird. Man kann die ganzen Gesetze, die auf die epidemische Lage verweisen, jetzt auch nicht alle auf einen Schlag ändern, schon gar nicht in der Übergangsphase zwischen den Legislaturperioden. Deswegen wird an einer Verlängerung kein Weg vorbeiführen, das typische Verstetigungsproblem. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Wird die epidemische Lage noch einmal verlängert? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience